Hey Leute ich bin's Sturmganz da und ja es wird heute leider keinen Scarecourt News geben mir geht es nicht sonderlich gut gerade also es war schon mal schlimmer aber es geht mir einfach zurzeit nicht ganz so gut und ja oder gerade nicht ganz so gut ja das heißt heute wird es kein Scarecourt News geben ich weiß nicht ob ich es morgen schaffe oder übermorgen muss ich mal gucken ja aber sonst wird Scarecourt News natürlich weiterhin am Montag kommen